Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holzer Vlogs. Wir sind jetzt gerade, also schon länger her, aber wir sind aufgewacht in Salzburg. Wir fahren heute nach Linz, spielen dort. Genau, jetzt gehen wir mal frühstücken, John, oder? Jawohl, Frühstück. Frühstück. Auf ganz Lässige gehen wir frühstücken. Jetzt tue ich noch ein bisschen meine Wäsche spügeln, haben wir ein bisschen vom Catering so was geflatet. Salzburg lebt, Salzburg lebt. Wie immer der Letzte. Du musst dir das Sticker zeigen. Habt ihr das gesehen da drin? Schau mal. Oh, dreckig wirklich. Wo ist eigentlich dein Uki? Gacken. Locationwechsel von Salzburg. Wunderschönes Salzburg. Jetzt nach Linz. In Linz beginnt's, oder wie heißt das? In Linz endet's, oder weiß ich nicht. Genau, da spielen wir weiter. Ich freue mich riesig. Sami freust du dich auch schon? Sehr. Ich komme auch vor allem in einem Skigebiet, weil es so kalt ist, wenn da die Berge sind. Es ist saukalt. Jetzt wäre ich gerade am Skiurlaub. Das ist heute der 18. Oktober, oder? Saukalt. Ja, vielleicht gehen wir noch Skifahren, bevor wir jetzt nach Linz fahren. Wir sind angekommen im Posthof Linz. Mega. VW Bus steht. Fussball! 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 Wir haben einen eigenen Basketball. Jetzt von der weißen Linie. Bist du Tepperl! Follow for more Basketball Movements. Auf Kamera gehen alle immer. Dann geht der eigentlich auch. Lösch den. Der Anstander steht. Alles erledigt. Wahrscheinlich gehen wir da hin. Oder auch nichts. Alles da, alles da. Da haben wir einen Vorhang vom Josch. Der fällt dann nach der ersten Nummer. Das ist ein Drucker. Das ist schon ein Drucker. Den kannst du drucken. Warum ist der Drucker in einer Kiste drin, wo Effekt steht. Vielleicht hat er Special Jet Facts drauf. Der Lex Mark. Heavy. Heavy. Hallo. Ausblick von Herom. Na und er. O-o-o-oh. Die Konseve. Muss auf mich verzichten. Hätte werde ich schnell überdrehen. Heute mach ich bleu. Oh-o-o-oh. Heute mach ich bleu. Was muss noch passieren, wenn ich es in der Riehen kann man ja auch die Uhr, wenn es so ein Kaffee ist, wenn ich es kann, ja auch wenn du es mir von uns hier und ich habe, dass mir das Angst, dass du ein Kaffee Ich bin jetzt im 8 Wir sind fertig in Linz! Samin, wir sind fertig in Linz! Wir sind fertig in Linz. Und wir sind in Linz! Wir sind in Linz! Jetzt spielt der Josch, spielt der Josch und das war mega und das waren sehr viele Leute, das waren seit der zweiten Nummer, der sah höf voll. Na, mega war's. Johnny, bist du auch zufrieden mit dem Saum? Ja, total. Bist du, ja? Ja. Leider hat er irgendwas ein bisschen gesucht. Ja, aber das gehört dazu. Das war wegen der Funkstrecke vom Josch, die hat uns ein bisschen dreupulscht. Gute Nacht wieder, Johnny. Gute Nacht, Johnny. Und im Posthof schlafen wir jetzt auch. Da haben wir drei Zimmer und da schlafen wir jetzt auch. Und da schlafen wir jetzt auch. Holuzo und Holuzo und nochmal Holuzo. Da gehen wir jetzt rein und dann schlafen wir. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Schlaf gut. Schlaf gut zusammen. Guten Tag. 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 Oh ja, Hundspicht. Das hab ich eh schon gern. So fangts schon auch mal. Nein, ich liebe Hunde. Ich mag Hunde mehr als Katzen eigentlich. Also passt das gut. Ich schlaf da, Albert. Du kannst da schlafen bei dir kotzen. Linz. Wir waren heute bei euch auf der Bühne. Es war großartig. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Wir sind Hundsmiert. Wir sind jetzt ziemlich fertig. Wir sind jetzt im Zimmer angekommen. Wir gehen mit schlafen. Gute Nacht. Alles Liebe. Pussy. Ciao. Ciao.